Musik Arwa yma, Tsuko y, Ki, Eta, Hiwa Amé gasit, to, shito, Fuute Ita Kassa, Ni, Ka, Kurete, Sandma, Che, Nè Hittori, Mitz, Mette, Na, I Teita Uuh nein, Sie sollen bitte Elfer zu singen, bitte bitte So, Sommerpause ist vorbei, kurz Erzählappell, ob alle wieder da sind. Ja, okay, fehlt jemand? Du alter Arschkopf, hab's ja auch wieder da. Boah, ich hab jetzt voll Bock auf Pommes. Was ist denn mit euch los? Sind eure Hirni noch im Urlaub? Macht mal ein bisschen Stimmung hier. Ich war auf dem Halle, das war voll geil. Jeden Tag super Stimmung mit Tanzen. Ich zeig euch mal meine Industrial Moves. Nee, nee, so geht das nicht. Du müsst schon ein bisschen schieben. Boah, Trainingslager war hart. Keine Dusche, nichts zu trinken. Was geht denn hier gerade ab? Ich seh nix. Hi, ich bin dein größter Fan. Hier ein Autogramm von mir. Was steht da? Ding, 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 mach die Glocke. Ich will da nie mitspielen, aber wenigstens leistet Markus Söder mir Gesellschaft. Vorsichtig, nicht in die Pommes setzen. Na, zu spät. Ah, der hat's gar nicht drauf. Er hat wieder ein Bett noch auf dem Feld. Kann mal jemand die Sonne ausmachen? Und jetzt die Vereinshimmel. Steh ich da, schnappi, 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 schnapp. Äh, ja, hier ne Nachricht vom Chef. Ja, schau doch mal, was steht denn da? Hm, wer das liest, ist doof. Oh, Trainer, wird das langsam nicht irgendwie langweilig? Hehehe, ich lache innerlich. Sag mal, Schiri, was ist mit dir los? Na, schlechte Laune. War nur ein Urlaub an der Nordsee. Drinnen, äh, und dann ist auch noch mal ne Frau... Sag mal, haben die das WLAN-Passwort geändert? Äh, Mist, ich hab mir nur als Wetteinsatz auf Sieg gesetzt. Und jetzt legen wir 0 zu 10 zurück. Das ist echt, das ist ne echt Rolex. Hmph, jetzt fängt die Mückensaison an. Na, schade, die haben die Schmuddelseiten gesperrt. Halt, nein, da ist doch bestimmt kein Wasser drin, oder? Hahaha, ihr wollt mich reinlegen. Der sexuelle Belästigungsbär. Ach, das ist Fußball. Ah, okay, äh, ziehen die noch ihre T-Shirts? Ja, die Nummer 9 war das. Ja, ich hab nix gemacht. Aber jetzt lügt er auch noch. Oh, ich hab ja noch mein Kaugummi vom letzten Spiel der vergangenen Saison. Hm. Äh, können Sie Ihren Männern mal sagen, dass sie aufs gegnerische Tor schießen sollen? Hallo, Tante Ulla. Ah, wieso besorge ich hier nur jede Saison ne Dauerkarte? Haha, ihr seid alle doof. Kommt doch her. Traut euch. Kommt zu mir und legt euch mit mir an. Ich schmeiß euch so die Prügel raus. Oh, ich hab dich so vermisst. Äh, no home. Ey, was ist los mit dir? Hast du vergessen, dass es den Videoschinsrichter gibt? Hallo, wer kann dem armen Mann mal helfen? Hehe, aber geil getroffen. Hm, lecker Eis. Alter, du machst mich nervös. Ich mag das. Abonnier gefälligst den Kanal. Mal. Mal.